Der spanische Nationalspieler Diego Costa will Atletico Madrid offenbar verlassen. Wie El Mundo berichtet, ist der Stürmer bei den Colchorneros nicht mehr glücklich und strebt deshalb einen Winterwechsel nach China an. Ausschlaggebend soll dabei sein, dass Costa mit seinem Gehalt in der spanischen Hauptstadt nicht zufrieden ist. Aktuell verdient er knapp 8,5 Millionen Euro im Jahr. Atletico Madrid Diego Costa zieht es nach China. Sein Sturmpartner Antoine Griezmann kann nach dessen Vertragsverlängerung jedoch ein Gesamtpaket von 25 Millionen Euro pro Saison einstreichen. Das, so heißt es, stößt Costa sauer auf, er fühle sich nicht wertgeschätzt. Deswegen habe der Spanier seinen Berater angewiesen, die Möglichkeit eines Januar-Transfers in Chinese Super League auszuloten. Punkt. Dort könnte Costa mutmaßlich ein deutlich höheres Salär einstreichen. Punkt. 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 Punkt.